Ich habe 2018 das Deutschlandstipendium von der Werner Sovik AG verliehen bekommen. Über dieses Deutschlandstipendium kam ich dann auch an ein Praktikum hier. Weil es mir so gut gefallen hat, habe ich auch gleich noch meine Masterarbeit hier geschrieben. Und weil es mir immer noch so gut gefallen hat, habe ich dann direkt danach, seit Oktober 2019, arbeite ich hier als Festangestellte. Bei mir war es zum Beispiel auch so, im Praktikum hatte ich auch von Anfang an Verantwortung bekommen, die Verantwortung wird auch eingefordert, aber das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, weil man auch selber Sachen so gestalten kann, wie man sich das vorstellt. Und das tut mir sehr gut und ich glaube, das tut auch anderen Leuten sehr gut, dass man da auch eine gewisse Freiheit hat, um Sachen umzusetzen, die einem wichtig sind.